Hast du gerade eine BWA bekommen oder jemand will von dir eine BWA haben und du weißt nicht so genau, was du jetzt machen musst oder du weißt sogar, was das ist, kannst das aber nicht richtig lesen und weißt nicht, worauf du eigentlich achten solltest? Dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende anschauen, denn wir schauen uns mal gemeinsam eine BWA an und worauf du da schauen solltest, also welche Zahlen eigentlich relevant sind. Hi, mein Name ist Melchior von der Konto Steuerberatung und du machst einmal im Jahr ja deine Steuererklärung. Und in deiner Steuererklärung hast du eine Anlage EÜR. EÜR steht für Einnahmenüberschussrechnung. Das ist quasi die Berechnung, was du in einem Jahr mit deiner selbstständigen Tätigkeit verdient hast. Das ist schön und gut für die Steuererklärung, allerdings brauchst du im Alltag manchmal auch aktuellere Zahlen. Und diese aktuelleren Zahlen stehen in der BWA. BWA steht für betriebswirtschaftliche Auswertung. In anderen Tools oder umgangssprachlich wird das Ganze auch manchmal monatlicher Report genannt oder es sind einfach deine Statistiken aus deiner Buchhaltung. Das ist eine BWA. Das heißt, eine BWA ist all das, was dir unterjährig zeigt, wie viel Geld du eigentlich gerade so verdient hast. Wenn du zum Beispiel einen Kredit beantragst oder dich um eine Wohnung bewirbst oder einen Leasingvertrag abschließen möchtest oder, wie ich gerade gemacht habe, ein Elterngeld beantragen möchtest, dann musst du ja irgendwie dein Einkommen nachweisen. Angestellte können einfach ihre Gehaltsabrechnungen zeigen. Du als Selbstständiger hast keine Gehaltsabrechnung, aber du hast halt eine BWA. Eine BWA ist also kein finales Dokument wie eine Steuererklärung oder ein Steuerbescheid, aber es ist eine unterjährige Gewinnermittlung, mit der du dein Einkommen nachweisen kannst. Außerdem ist es natürlich für dich auch unterjährig sinnvoll, dir mal einen Überblick darüber zu verschaffen, wie es eigentlich bei dir gerade läuft. Hat sich der Umsatz verändert? Hat sich dein Gewinn verändert? Gibt es bestimmte Ausgaben, Kostenpositionen, die sich irgendwie auffällig entwickeln? Das heißt, für die interne Steuerung und auch für die unternehmerischen Entscheidungen ist es natürlich sinnvoll, sich auch unterjährig mal mit seinen Finanzen zu beschäftigen. Und da kannst du immer eine BWA zur Hand nehmen. Wichtig an dieser Stelle ist, für die Außenkommunikation ist eine BWA kein offizielles Dokument. Also es ist nicht wie ein Steuerbescheid, der wirklich auch rechtlich irgendwie verpflichtend ist und dadurch gibt es auch kein rechtlich fest vorgeschriebenes Format für eine BWA. Du kannst, wenn du unterjährig auch nochmal etwas Offizielleres brauchst, auch immer deinen Steuerberater fragen, dass er dir nochmal einen Stempel oder eine Unterschrift unter deine BWA gibt. Und damit wird deine BWA nochmal von außen bestätigt, dass diese Zahlen so stimmen. Manchmal ist das notwendig, Banken fragen sowas z.B. regelmäßig an. Und wenn du unser Mandant bist, dann erstellen wir das natürlich auch gerne für dich. Wie man so eine BWA liest, also welche Zahlen eigentlich wichtig sind, stehen ja eine ganze Menge drin. Das schauen wir uns am besten einfach mal zusammen an. Und da möchte ich dir einmal zwei unterschiedliche Arten von BWA zeigen. Anfangen möchte ich mit der, ich muss mal sagen, in Deutschland am weitesten verbreitetesten Form, und zwar eine klassische, typische DATEV-BWA. Die meisten Steuerberater in Deutschland arbeiten mit DATEV und deswegen fangen wir damit erst einmal an. Und dafür nehme ich dich einmal mit auf meinem Bildschirm. Wir sehen hier die klassische DATEV-Optik, also das ist eine BWA von der DATEV. Du siehst hier natürlich eine ganze Reihe an Spalten und Zeilen und das Ganze wirkt auch ziemlich unübersichtlich. Aber wenn du weißt, worauf du achten musst, dann wird das deutlich einfacher. Und wir schauen uns einfach mal die Spalten an. In der ersten Spalte steht die Bezeichnung. Worum geht es hier eigentlich? Das ist für dich natürlich interessant zu wissen, was dahinter eigentlich steht. Und in der zweiten Spalte steht der ausgewählte Zeitraum. In diesem Fall ist es der März. Das heißt, hier schauen wir uns nur die Zahlen des Märzes an. Danach gibt es eine ganze Reihe an Prozenten, das heißt, irgendwas bezieht sich auf etwas anderes usw. Das ist für dich in den allermeisten Fällen nicht so richtig interessant. Was wiederum interessant ist, sind die kumulierten Jahreszahlen, hier Januar bis März. Hier siehst du einmal, was du im gesamten Jahr in der einzelnen Position an Umsätzen oder Ausgaben gehabt hast. Das ist interessant, weil du dann den Zeitraum, den du ausgewählt hast, also den März vergleichen kannst mit Januar bis März. Und so kannst du ganz schnell erkennen, ob du bestimmte Positionen stärker oder schwächer warst als in anderen Monaten. Und jetzt gehen wir mal durch die einzelnen Zeilen durch. Da steht auch sehr viel drin, aber nicht alles ist wirklich interessant für dich. Die oberste Zeile ist dein Umsatz. Das ist interessant. Das heißt, wie viel Kohle hast du eigentlich gemacht? Wie viel ist reingekommen? In diesem Fall 412.575 €. Dann gibt es noch so eine Position, Bestandsveränderungen für Erzeugnisse usw. und Eigenleistungen usw. Das Ganze führt dann zu einer Gesamtleistung. Dann kannst du direkt zuordnbaren Kosten abziehen, also die nächste Zeile Material und Wareneinkommen. Wenn du z.B. im Versandhandel tätig bist, dann ist es halt relativ einfach Umsätze zu machen, aber nur ein kleiner Anteil davon ist tatsächlich auch dein Rohertrag. Und den siehst du hier. Das ist dein Rohertrag, in diesem Fall ungefähr 235.000 €. Dann gibt es in der nächsten Zeile nochmal sonstige betriebliche Erlöse und dann hast du einen gesamten betrieblichen Rohertrag. Zugegebenermaßen wirkt das schon ziemlich aufgebläht. Interessanter wird es in den nächsten Zeilen, da geht es nämlich um deine Kostenarten, also deine Personalkosten, Raumkosten, betrieblichen Steuern, Versicherungen, Beiträge, sonstigen Kosten, Kfz-Kosten usw. Die sind hier alle schön säuberlich aufgelistet. Das ist das, was du so im Tagesgeschäft normal an laufenden Kosten hast und da siehst du, wie so deine Kostenstruktur eigentlich ist. Wenn du die alle zusammenrechnest, dann hast du deine Gesamtkosten, in diesem Fall ungefähr 162.000 €. Und wenn du jetzt den gesamten betrieblichen Rohertrag nimmst und davon die Gesamtkosten abziehst, dann hast du dein Betriebsergebnis. Und da kann man schon einmal sagen, dass das eigentlich so etwas wie dein Gewinn ist. In größeren Unternehmen gibt es dann noch ein Finanzergebnis. Das wird nochmal darunter ausgerechnet, also hier zum Beispiel nochmal deine Zinserträge, den Zinsaufwand usw. Das Ganze führt dann dazu, wenn du das Finanzergebnis mit dem Betriebsergebnis zusammenrechnest, dann hast du ein gesamtes Ergebnis vor Steuern und das ist dein Gewinn. Oder aber dein Bruttoeinkommen. Bitte nicht zu verwechseln mit dem Bruttoeinkommen von Angestellten, weil bei Angestellten zahlt der Arbeitgeber ja immer noch einen Anteil für die Sozialversicherung. Das ist bei dir bei Selbstständigen nicht der Fall. Aber Angestellte zahlen natürlich auch Steuern in Form von Lohnsteuerabzügen von der Gehaltsabrechnung. Das musst du auch machen, auch du musst noch Steuern zahlen. Aber wenn dich irgendwann mal jemand nach deinem Gewinn fragt, für einen Monat, ein Quartal, ein Jahr, dann fragt er immer nach deinem Ergebnis vor Steuern. Deswegen, hiermit weißt du, das ist der entscheidende Faktor. Und das sind auch die Positionen, die du so im Auge behalten solltest, wenn du so eine DATEV-BWA siehst. Dir wird allerdings schon auffallen, dass das eher eine Struktur ist, die für große Unternehmen geeignet ist. Wenn du unser Mandant bist, dann hast du das aber wahrscheinlich noch nicht von uns gesehen. Wir haben nämlich aus guten Gründen ein anderes Format für eine BWA gewählt. Und damit du dich auch in unserer eigenen BWA zurechtfinden kannst, schauen wir uns auch die einmal an. Wir bei der Kontist Steuerberatung haben uns gedacht, eine zu aufwändige BWA ist nicht besonders praktikabel und haben uns deswegen daran orientiert, was du einmal im Jahr sowieso machen musst. Du musst einmal im Jahr, oder wir für dich, eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen und auch die Anlage IÜR ausfüllen. Also warum nicht die Struktur von der Einnahmenüberschussrechnung zu nehmen und die einfach auf Monatsbasis zu machen? Das ist das, was wir uns gedacht haben. Das ist das, was man auch kennt, weil das ist das, wie auch die Steuererklärung aussieht. Und deswegen ist unsere BWA so aufgebaut wie eine Einnahmenüberschussrechnung. Und die ist dadurch insbesondere für Solo-Selbstständige auch viel besser geeignet. Die schauen wir uns natürlich auch einmal an. Hier oben sieht man einmal unsere Anschrift, unsere E-Mail-Adresse. Falls du irgendwann mal Fragen haben solltest, schreib uns gerne. Du siehst hier einmal deine Adresse und auch den Zeitraum und dann siehst du den großen Block, deine Betriebseinnahmen. Das ist natürlich auch hier dein Umsatz. Es steht auch hier ganz oben Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen. Das ist der Hauptteil, die vereinnahmte Umsatzsteuer, weil auch die Umsatzsteuer Teil der Einnahmenüberschussrechnung ist. Also weisen wir sie hier aus. Was hier auch dabei ist, ist z.B. die private Kfz-Nutzung. Also wenn du einen Firmenwagen hast, den du auch privat nutzt, dann gibt es ja so eine Art fiktiven Umsatz, den du versteuern musst. Den berechnest du mit der Fahrtenbuchmethode oder der 1%-Methode. Dazu habe ich auch schon einmal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Aber das zählt auch zu dem Umsatz, den du versteuern musst. Das heißt, all das rechnen wir zusammen. Dann hast du dann einen Block, der da heißt Summe Betriebseinnahmen und das sind deine Betriebseinnahmen. Hier in diesem Fall sind das 27.965 €. Das heißt, das ist insgesamt dein Umsatz inklusive deinen tatsächlichen Einnahmen als auch den fiktiven Umsatz. Und dann hast du ganz unten, wie es auch bei der Einnahmenüberschussrechnung so der Fall ist, einfach die Auflistung aller Kosten, z.B. bezogene Fremdleistung, ungefähr 2.800 €, die Abschreibungen, die Aufwendung für Telekommunikation und Übernachtungs- und Reisenebenkosten usw. Das heißt, das ist alles aufgelistet und dann haben wir ganz unten einmal deine gesamte Summe der Betriebsausgaben. Und dann siehst du ganz unten einmal unter allem nochmal einmal ganz kurz zusammengerechnet, damit es übersichtlich ist, dein Jahresüberschuss oder halt den Überschuss für den jeweiligen Zeitraum. Das sind die Summen der Betriebseinnahmen, also ungefähr 28.000 € minus die Summe der Betriebsausgaben, das sind ungefähr 6.500 €, ist dann ein steuerpflichtiger Gewinn oder halt Verlust von ungefähr 21.000 €. Und darauf zahlst du dann tatsächlich auch deine Steuer. Also das ist dann dein Gewinn. Vorteile für dich? Das Ganze ist natürlich deutlich schlanker und leichter zu lesen und es ist die gleiche Struktur wie die Anlage IÜR von der Einkommensteuererklärung. Das heißt, du könntest theoretisch diese Zahlen nehmen und einfach 1 zu 1 übertragen in deiner Einkommensteuererklärung. Du musst dir jetzt nicht überlegen, welche Position jetzt genau wo in der Einkommensteuererklärung hingehört. Das heißt, hier ist wirklich eine ganz spezielle Auswertung, eine ganz spezielle BWA nur für Solo-Selbstständige, die nicht bilanzieren müssen und das gibt es sonst normalerweise nicht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das so genau so zu machen. Natürlich musst du das nicht in deine Einkommensteuererklärung übertragen, das machen wir sehr gerne für dich. Aber für dich hast du jederzeit einen Überblick und du hast die gleiche Berechnungslogik, wie du halt auch einmal im Jahr in der Steuererklärung hast und du hast nicht irgendwelche komischen Umrechnungsschlüssel, die nur dafür da sind, Arbeit zu machen. Ich hoffe, dass du in diesem Video einen guten Überblick darüber bekommen hast, was die entscheidenden Zahlen in so einer BWA sind. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib uns doch gerne einen Kommentar. Und ganz wichtiger Punkt, wenn du unser Mandant bist und eine BWA brauchst, dann schreib uns doch gerne einmal in der Contest App oder an steuern.contest.com. Und wir erstellen dir natürlich gerne deine BWA und schicken sie dazu, gerne auch mit Stempel und Unterschrift, wie ich erwähnt habe. Das heißt, das bekommst du immer von uns. Da entstehen keinerlei Zusatzkosten für dich. Wenn du noch nicht unser Mandant bist und sagst, so eine schöne BWA hätte ich aber auch gerne, dann kann ich dir sagen, wir schicken auch dir gerne so eine BWA, wenn du unser Mandant wirst. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie du an so eine BWA kommst, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Ansonsten kannst du natürlich auch einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.